Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 4 und herzlich willkommen zu einer Weltpremiere, zu etwas ganz seltenen von mir, ja zu Call of Duty Advanced War 4. Oh Mann ist das Spiel beschissen. Das ist echt billig aufgebaut, ohne jetzt irgendwie euch jetzt zu haten oder so, weil viele meiner Abonnenten spielen diesen Schrott, aber das ist für mich eine reine Commerz-Sache hier, ehrlich. Ist euch nicht aufgefallen, dass die ganzen, naja, ich weiß nicht, ob man die auch als YouTuber bezeichnen kann, ein Marcel Scorpion ist für mich kein YouTuber, ein Montana Black 48 ist für mich kein YouTuber und ein Barker oder wie der heißt, ist für mich erstmal recht kein YouTuber, aber nun ja, das ist eine andere Geschichte und sollte ein andermal erzählt werden. Hier, wo ist YouTube Gamescom schlecht, Digga? Lieber Non-Elite? Agent 007 und der Wofo hat mich, äh, ausgebildet. Also, ein bisschen mehr Respekt. Okay. Ein ganz billiges Spiel, ihr seht schon, die ganze Grafik ist beschissen. Ohne Scheiß jetzt. Oh, fuck, verbiss ich. Ohne Scheiß. Das Spiel ist immer das gleiche. Man ist auf einer 100 Quadratmeter großen Map, läuft ein bisschen rum und schießt die anderen ab. Die Waffen sehen unrealistisch aus und der Anzug, what the fuck, was ist denn das? Wer hat denn das designt? War da jemand auf Droge? Hat da jemand seine 100 Dollar Blüte, äh, Dollar Note angezündet und da ein bisschen haschisch reingemacht? Es kommt mir wirklich so vor. Wo ist das alte Call of Duty, wo man noch im Krieg rumgelaufen ist? Im Zweiten Weltkrieg? Ne, das gibt's, glaub ich, gar nicht mehr, ne? Modern Wofo 2 war das geilste Call of Duty auf der Welt. Es gab nichts Geileres, ohne Scheiß. Das war das geilste Call of Duty. Und jetzt ist nur noch Zukunftsmist. Immer das gleiche. Ne, diese Teile sehen genauso aus wie in Black Ops 3. Zum Boden wollen wir gar nicht mehr reden. Aber die Waffen, das ist ja der größte Beschiss. Schaut euch mal, wie billig die aussehen, Alter. Billiger geht's echt nicht. Richtig arm. Richtig arm von Call of Duty. Richtig arm. Nun ja, wie findet ihr Call of Duty? Ich finde das einfach, äh, ist so eine Sache. Ein YouTuber macht ein Video über Let's Play Call of Duty und die anderen wollen natürlich auch Call of Duty haben. Leute, was ist so cool an so einem Scheiß-Prestige-Titel, Alter. Die kann nicht mehr hacken. Das ist doch nichts Besonderes, hallo? Guck mal hier, was soll denn der Scheiß jetzt? Was ist denn das? Jetzt sehe ich nix. Alter, ist Call of Duty schlecht. Also, hier haben wir die offizielle Punktezahl. 0 Punkte vor 0. Ähm, ja, somit ist das schlechteste Spiel, was ich jetzt bisher gezockt habe. Alter, wie gehackt das ist. Hack. Schaut euch mal den Hack an. Seht ihr, ich sehe nix mehr. Was für Betrüger hier. Guckt euch das mal an, wie schlimm das ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, was ist denn das jetzt für eine billige Knarre? Was hast denn du für eine billige Schrottwaffe? Oh, warum springt denn der? Wie unrealistisch ist das? Wie unrealistisch? Egal. Call of Duty ist das schlechteste Spiel der Welt. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Eutogames.com auf der Playstation 4 vom Clan Lieber und Unendite. Und liebe Grüße an Agenten und 07 Woford. Ciao. Und moin moin. Zwei Kills. Yes. Ich bin der König der Welt. Der ist halt Titanic, ja. Ja.